Oh, du bist lege in den Koch. Voll in die Fresse reingehauen. Und mitten auf der Strasse. Total süss umarmen. Blut tief händisch geschlagen. Ich meine, das alles nur wegen mir. Ja, weisst du, musst du dir vorstellen, du läufst nach Hause am Klausplatz, und dann kommt irgendein Doppel und greift dich an. Heute habe ich einen voll in die Fresse gehauen. Mama, weisst du? Der verdammter Wichser vom See, weisst du? Ja, ja, der verdammter Pussy-Schweizer. Er kommt so, läuft an mir vorbei wie letztes Mal, ich schwöre. So am Klausplatz, ich töte mit der Frau, weisst du, der blonde Mann, ja. Er kommt zack, 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 schaut mich so an, ich schaue ihn an, was willst du, Wichser? Mama! Mama! Da-da-da-da-da-da hat so zwei Männer. Und mitten auf der Strasse. Und dann macht sie so einen Tango-Tanz, und dann geht sie wieder so, und dann macht sie wieder so, und dann macht sie wieder so einen Dröhlen, und dann geht sie so auf vorne, und dann macht sie so wieder so, und dann geht sie so auf Laufitz, und dann auf vorne, ping, macht sie so, und dann schuh! Du, weisst du, was ich heute gesehen habe? Ich war in der Stadt, hatte ich alles einen Kaffee, habe ich einen Kaffee genommen, und dann, schaue ich aus dem Fenster, und da gehen zwei Männer aufeinander los. Also, so etwas habe ich nie gesehen. Also, das hättest du gesehen. So brutal! So, die Gesichter! Heute Nachmittag, bin ich so in der Stadt mit Andi, sind so ein wenig am Spazieren gewesen, und flirten, weisst du, den Andi, oder? Dann laufen wir friedlich auf der Strasse, und auf einmal kommt so ein Typ uns entgegen. Und ich meine, okay, er hat mich schon mega angeschaut, weisst du, so Macho-Blick, hat er mich angeschaut, voll hässig, voll hässig, voll hässig, voll gefährlich. Ich meine, das alles nur wegen mir. Also, ich meine, ich finde es ja schon irgendwie schön. Doch, ist in Ordnung. Doch, montags, okay. Du, übrigens, vorhin bin ich da auf der Strasse, ich fahre so mit dem Auto durch die Stadt, und rechts von mir auf der Strasse, habe ich da eine Szene beobachtet, das war wunderbar, wirklich. Da haben sich zwei Jungs so was von innig umarmt, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Nein, wirklich, du, die, das war so eine innige Umarmung. Das war toll, wirklich. Und ich habe mir gedacht, vielleicht waren das, weisst du, vielleicht waren das Freunde, die sich schon jahrzehntelang nicht mehr gesehen haben, und jetzt da plötzlich, überraschenderweise, auf der Strasse begegnen sie sich einander. Doch, genau. Ich fätze nur so, bam, 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 er liegt gerade am Boden, voll am Brüllen. Schön. Du kennst ja meine Abwehrtechnik, oder? Und natürlich keinen Stich gehabt. Es ist dann wieder so ein paar bäh, 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 komische Schläge, aber ich kann natürlich alles abwehren, ohne Probleme. Ah, sonst musst du die Abwehrtechnik abwehren, oder? Der hat das weh. Tod? Der war sicher Tod. Er hat sich nicht mehr bewegt. Sicher Tod. Wirklich. Wirklich Tod. Wirklich, wirklich. Alles können abwehren, ohne Probleme. Das war ein ganz spezieller Moment für die zwei, da bin ich mir sicher. Wirklich. Der hat Angst, Mann. Wirklich. 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 Ich geil. Wirklich. Ich wollte euch mal lustig halten, wenn ich ein Stück in die Edge Wirklich. Bis zum nächsten Mal.